Okay, sieht's jetzt hier aus? Ah, okay. Oh, ich will das nicht machen. Wobei, bisher, also jetzt, die Level, die sind ja eigentlich noch relativ passabel. Ich muss erst mal wieder mit dem Spiel klarkommen. Ach, das ist mit dem Pinguin, okay. Äh, nein! Haha, oh mein Gott. Oh, okay, ich muss erst mal wieder das Spiel reinfinden, bitte, ne. Verzeiht mir die ersten Fails. Keine Sorge, wird nicht der Letzte. Oh mein Gott, ich bin ja gleich schon tot. Nein! Tot. Oh, Mann! Okay, gut. Wurde ich aber mal ernst machen, ne. Los! Ja! Wer hat mich denn da bitte schon getroffen? Fick dich! Wetter Scheiß-Kohala. Oh mein Gott, ich hab den Pinguin aufgeweckt. Ich wollte mich aufwecken. Ui! Warum hab ich die denn jetzt so komisch fallen gelassen, die TNT-Kiste? Habe ich dir irgendwas verpasst? Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Okay. Der ist jetzt, der ist jetzt wichtig. Wie Moral? Komm. Stimm mal, fucker! Ich hab dich nicht getroffen. Ich hab dich nicht getroffen. So. Stimm doch mal, Junge! Der hat doch nichts mehr. Danke. Geht doch. Eugen! Warum zählt ihr jetzt doch die, du versagst? Ich hasse euch! Nein, mach das mal. Für mich ist nicht wichtig, was ich alles versagt habe, für mich ist wichtig, was ich geschafft habe. Auch wenn es im Endeffekt nicht viel sein wird. ich will nicht das sind einfach äpfel 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 er hat mich noch getroffen ist ich brauche sie treffen mich immer das ist scheiße das finde ich nicht gut schneller aber gold redigte für all die sie sich wissen sollten man muss zweimal hintereinander gewinnen einmal habe ich schon mal jetzt geschafft immerhin der hilfe der brio hat mir gerade ich noch eine ganze ecke zu viel energie der scheiß pinguine ich immer für meinen zweck ausgenutzt aber jetzt gerade gehen mir doch schon ziemlich aufgesagt oh mein gott das ich treffe von ihm du arsch ja das ist doch schon mal gut und warum bist du schon wieder nicht tot nein die pinguine man die äpfel die brio erstmal gar nichts kann das sein ihr könnt mich alle mal ich ich was sagen ich weich einfach die ganze zeit aus mein apfel wuppe frühen ja 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 das sieht doch mal vielversprechend auskommen ob wir doch mal die kiste in die fresse du arsch danke wenn wir auch selbst getötet warum habe ich mir okay klar explosion und so aber ich will es einfach manchmal nicht wahrhaben ich bin so einfach mal am schlechtesten dran ich glaube ich verlasse mich einfach auf dem pinguin ich hoffe mal dass ich es mir irgendwie schön helfen wird irgendwie okay oh mein gott ist ok ist ok ist ok ist ok weil das schöne ist er ist mit so wenig geschwindigkeit mit einem halben kammer ist er auf mich zugeguckt gerade in dem moment gespawnt ist natürlich da kommt schon ein bisschen die wut durch meine röpse durch ich habe ja egal ich muss hier bin ich muss hier bin ich muss hier weg okay der brio wird mich schon wieder töten mann 3 2 1 ich krieg das nicht geschissen ich ich ach wie sehr ich mich auf die platte die sind so toll ich mag sie nicht ich ich habe den voll durch den durch geschmissen was ist denn für eine kacke warum trifft der mich denn und nicht den Rilla-Rilla-Rilla-Rilla-Rilla-Rilla-Rilla-Rilla-Rilla-Rilla-Rilla wirklich gut dann bin ich weg ich glaube ich muss ein bisschen offensiver agieren einfach oh mein gott fick dich nein ich wollte eigentlich den fetten Koala da treffen weil der echt noch viel Energie hat das kann ich überhaupt nicht gefällt uiieiei boah schon wieder einen halben kammer mann ähh hey zwei eins die Stimme versucht mich zu motivieren in der Klapp-Präger bin ich so gerne fick dich am Anfang dachte ich ja noch so guck mal einmal hast ja schon geschafft ne fick dich mit deinem ekelhaften fetten ekelhaften Drecksschäden ja stirb mother fucker Mann ich hab so ne Wut auf die Charaktere grad ne ich meine ich bin ja froh dass hier keine Rilla-Ru dabei ist das ist ja schon mal sehr viel wert fick dich ok eins gegen eins zum Schlampe oder wat so was ey die haben immer noch ein Fitzelchen an Energie mein gott geht doch ähh hab ich ich sag immer Brios ne ich sag immer schon Brios ich weiß auch nicht wieso komm schon nein daneben Hilfe geh weg geh weg geh weg lass mich einfach nur in Ruhe komm ich bleib in der Ecke und lass mich in Ruhe dann können wir sogar Freunde werden vielleicht haha du wurdest gefickt komm wirf die Naito-Kiste oah der explodiert was wenn es so weitergeht ne also mit dem Pinguin klappt das ja schon ganz gut eigentlich grad wie jetzt hab ich noch ein Schutzschild hervorragend ne egal egal halb so jetzt tritt ich auch einfach mal die Kiste weg warum auch nicht ne einfach mal so geschafft obwohl ich ungefähr keinen getroffen habe aber ist ja egal hallo Pyropone alles für den Schritt wie er immer ausweicht ja siehste da trinkt wat jetzt